Eusebio Castigliano war ein italienischer Fußballspieler, der im Mittelfeld spielte. Er spielte auch siebenmal für die Squadra Asura. Er starb zusammen mit zahlreichen Mannschaftskameraden beim Flugzeugabsturz von Supergar. Karriere Castigliano spielte in den Clubs US Profercelli Calzico, Spezia Calzico, Bielese, bevor er zum AC Turin kam. Dieses Team dominierte den italienischen Fußball und stellte eine Reihe von Nationalspielern. Während seiner Zeit beim AC Turin kam zu sieben Einsätzen in der italienischen Fußballnationalmannschaft und er erzielte ein Tor. Tod Hauptartikel Nachdem der AC Turin nach 1 zu 1 in Bari als italienischer Meister 1948-49. feststand, arrangierte Präsident Faucianovo ein Freundschaftsspiel in Lissabon gegen SL Benfica. Auf dem Rückweg kollidierte das Flugzeug, das die Mannschaft des Grande Turino wieder in die Heimat transportierte. Bei starkem Nebel mit einem Felsen auf dem Wallfahrtshügel Supergar nahe Turin und stürzte ab. Alle Insassen starben bei dem Unglück, darunter Spieler und Betreuer des AC Turin. Auch Bazzi Galoppo starb an jenem 4. Mai 1949. Er wurde 33 Jahre alt. Einzig Saurotoma war nach dem Absturz noch von der großen Turinomannschaft übrig, da er aufgrund einer Verletzung nicht mitgeflogen war. Erfolge AC Turin italienischer Meister 1945-46-1946-1947-1948-1948-1949 Erfolge Erfolge